Der Betrieb ist in Brandenburg und heute reden wir über 1800 Hektar eigenen Flächen, also die wir selbst bewirtschaften und des Weiteren haben wir noch ein Lohnunternehmen mit im Prinzip dem gleichen Flächenumfang. Wir haben grundsätzlich recht schwache Böden hier, so sandige Böden. Da haben wir natürlich ein Wasserhalteproblem, das ist eigentlich unser größtes Problem und da müssen wir was gegen tun. Wir wollen jetzt mit der Strip-Till-Geschichte und der dauerhaften Begrünung das nächste erreichen, dass noch mehr Wasser im Boden gehalten wird. Pflügen fällt bei mir völlig aus, weil da viel zu viel Wasser verloren geht. Wir wollen den Boden eigentlich gar nicht mehr bearbeiten und damit noch weniger Umsatz von Humus stattfindet. Der Boden muss gesund sein und dann habe ich auch eine gesunde Pflanze. Das schließt für mich nicht aus, dass ich natürlich auch chemischen Pflanzenschutz einsetze, dass ich auch Technik einsetze, sondern das gehört für mich dazu. Man muss sehen, was hat es für Auswirkungen auf den Boden. Das muss das Ziel sein. Es gibt nicht nur das gute Bio und das böse Konventionelle, sondern es gibt genauso ganz schlechtes Bio und wirklich gutes Konventionelles. Wenn wir jetzt die Wintergerste geerntet haben, dann kommt natürlich gleich eine Bodenbearbeitung, ein Striegelpferd drüber, damit die Körner auflaufen, die noch liegen geblieben sind. Dann kommt die Zwischenfrucht da rein oder es kommt meinetwegen Raps rein. Dann werden wir keine Zwischenfrucht mehr bringen. Aber ansonsten, wir gucken, welche Früchte reagieren gut miteinander. Was können wir nacheinander anbauen? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Aber wir haben keine fresste Fruchtfolge, wo man sagt, wir haben jetzt nicht vier- oder fünfliedrige Fruchtfolge. Unsere Familie lässt sich zurückverfolgen, das ist ungefähr Anfang 18. Jahrhundert. Der Betrieb selber ist vor knapp 1100 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt worden. Das heißt, er ist rund 1100 Jahre alt. Unser jüngerer Sohn, der hat seine Liebe zur Landwirtschaft entdeckt. Auch richtig, mit viel Elan. Und der wird den Betrieb hier weiterführen. Wir haben im Laufe der letzten 50, 80 Jahre eine veränderte Landwirtschaft erlebt. Und ich glaube, die Quintessenz aus beiden, wie es ganz früher mal war und wie man auch mit heute eine Landwirtschaft macht. Das wird ein guter Weg sein, wie wir auch in Zukunft eine Landwirtschaft machen können. Wir sind immer ziemlich weit vorne an, wenn es um irgendwelche Neuentwicklungen, neue Techniken, Digitalisierung, was auch immer geht. Wir haben in unserem Betrieb alles digitalisiert. Jede Fahrspur, jede Fahrgasse ist digitalisiert worden. Wir machen unsere, also eine differenzierte Aussaat mit Hilfe von Satelliten und Ertragsdaten der letzten Jahre. Aber wir müssen wieder mehr auch den Boden in den Fokus nehmen.